Gibt es eine befristete Behinderung oder Schwerbehinderung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf RentenBescheid24.de mit folgendem Inhalt erhalten. Ich bin total verunsichert, Herr Knöppel. Ich habe im Internet in verschiedenen Foren gelesen, dass mit dem Auslaufen der Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises auch gleichzeitig die zuerkannte Schwerbehinderung wegfällt. Ich wollte am 1.10.2021 meine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Ich habe eine Schwerbehinderung mit dem GdB 50. Der Ausweis ist bis zum 31. Juli diesen Jahres, 2021, befristet. Stimmt das wirklich, Herr Knöppel, dass die Schwerbehinderung auch wegfällt, wenn der Schwerbehindertenausweis seine Gültigkeit verliert? Um Gottes Himmels Willen, nein, natürlich nicht. Lassen Sie sich bitte nicht durch solche Aussagen im Internet verrückt machen. Wer solche Aussagen trifft, hat aus meiner Sicht keine Ahnung von der tatsächlichen Rechtslage. Ich kann doch Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, also den Feststellungsbescheid über den Grad der Behinderung, den Sie vom Versorgungsamt bekommen haben, mit der Gültigkeit eines befristeten Schwerbehindertenausweises. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen der behördlichen Feststellung einer Behinderung und der Gültigkeit eines Schwerbehindertenausweises. Die behördliche Feststellung auf das Vorliegen einer Behinderung oder Schwerbehinderung ist grundsätzlich zukunftsoffen. Sie ist immer von Dauer. Der Feststellungsbescheid ist immer zukunftsoffen. Das heißt also, die Schwerbehinderung oder die Behinderung kann immer nur auf Dauer festgestellt werden. Hingegen klar ist, dass ein Schwerbehindertenausweis, das Wort heißt Schwer- und Behindertenausweis, befristet ausgestellt werden kann. Wenn zum Beispiel im Feststellungsbescheid auf eine Heilungsbewährung verwiesen wird. Menschen sind doch nur dann behindert, die eine körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate diesen betroffenen Menschen daran hindern können, an der Gesellschaft gleichberechtigt teilzuhaben. Und glauben Sie mir bitte eins, die Versorgungsämter können nicht in die Glaskugel gucken und sagen, ja, in zwei Jahren ist ihre Behinderung oder Schwerbehinderung weg. Die Versorgungsämter können nur eins machen, wenn sie der Meinung sind, dass es neue Tatsachen gibt oder dass es zu überprüfen ist, ob die Schwerbehinderung tatsächlich noch vorliegt, müssen sie ein neues Verfahren einleiten. Wir wissen, Schwerbehinderung liegt immer dann vor, wenn ich ein Grad der Behinderung von mindestens 50 habe. Davor heißt das Wort nicht Schwerbehinderung, sondern nur Behinderung. Und wie sieht das jetzt mit dem Schwerbehindertenausweis aus? Auch da höre ich manchmal haarsträubende Sachen. Da wird dann gesagt, zum Beispiel der Schwerbehindertenausweis läuft ja am 31.07. aus, der verliert seine Gültigkeit. Meine Damen und Herren, auch das ist himmelschreiender Blödsinn. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage. Denn der Ablauf der Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises, dieser Befristung, die da drin steht, hat nichts mit der Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises als solches zu tun. Stellen Sie sich Folgendes vor. Der Knöppel hat eine schwere Krebserkrankung und bekommt mit einem Feststellungsbescheid ein GdB von 80 zuerkannt. Heilungsbewährung fünf Jahre. Und ich bekomme dann auch noch einen Schwerbehindertenausweis mit einer Befristung bis zum 31.07.2021. Dann kommt das Landesverwaltungsamt und sagt, Herr Knöppel, Sie sind wieder gesund. Gut, Sie kriegen, wir erkennen Ihnen jetzt den GdB von 80 ab und Sie bekommen jetzt einen GdB von 40. Das sage ich, aber nicht mit mir, liebe Freunde. Ich lege gegen diese Entscheidung Widerspruch ein, formuliere auch den Widerspruch, begründe das ordnungsgemäß. Und dann geht die ganze Sache in das Klageverfahren. Und solange wie die Behörde und das Gericht über den Neufeststellungsantrag nicht unanfechtbar entschieden hat, bleibt der Schwerbehindertenausweis wirksam. So steht es im Gesetz geschrieben. Das heißt also, selbst wenn der Schwerbehindertenausweis befristet ausgestellt ist, bleibt er dennoch wirksam. Denn wir haben nämlich die berühmte Schutzfrist von drei Monaten nach Ende der unanfechtbaren Entscheidung, § 199 SGB IX, bitte dort nachlesen. Eine Schwerbehinderung kann niemals befristet sein. Eine Behinderung kann niemals befristet sein. Ein Schwerbehindertenausweis kann befristet sein. Affiliiert erst seine Gültigkeit, wenn die Behörde über den Grad der Behinderung neu und zwar unanfechtbar entschieden hat. Und das kann Jahre dauern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.